Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxes. Hier will man auch die Liga, die Liga sage ich schon, ja doch, die Liga-Saison zu Ende spielen. Und die letzten beiden Spiele haben mir richtig gut gefallen. Einfach mal komplett konzentriert durchgezogen das Ding, dadurch auch noch späte Tore geschossen. Und das will ich mir jetzt wieder versuchen anzugewöhnen. Ich sage das so oft und werde es wieder irgendwann, irgendwann raste ich eh wieder aus. Aber ich habe mir was überlegt, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Und zwar werde ich versuchen immer so eine Art Kampfhaltung einzunehmen, so eine Art besonders konzentriertes Dasitzen. So dass ich dann halt einfach direkt merke, wenn ich absacke oder so in meiner Körperhaltung, dass ich direkt weiß, okay, jetzt ist die Konzentration nicht mehr da. Aber ansonsten jetzt wirklich einfach richtig fokussiert straight spielen, so wie ich es halt die letzten beiden Spiele gemacht habe. Und das hat auch dazu geführt, dass ich in dem einen Spiel dann auch nach der 80. Mühle halt zwei Tore geschossen habe. Das wäre, denke ich, sonst nicht passiert, weil sonst flacht die Anspannung immer ab, so gegen Ende des Spiels. Und da hoffe ich halt, dass ich das irgendwie verhindern kann. So, jetzt hoffe ich natürlich erstmal, dass wir einen Gegner finden. Wo volle Latenz herrscht und der kein Abbrecher ist. Am besten, also das wäre so mein Liebling. Okay, da ist das Snowflame. Ich will nur gucken, ob ich immer den gleichen bekomme. Snowflame. So, momentan kann ich einfach noch ein bisschen rumlungern auf meinem Sitz. Erst wenn dann das Spiel losgeht, dann quasi zack, rein in die Kampfhaltung und bereit sein für das, was da halt kommt. Suche Gegner. Vielleicht hätte ich die Aufnahme erst starten sollen, nachdem, ich sehe gerade, mein Timer ist falsch. Hätte ich die Aufnahme erst starten sollen, nachdem ich einen Gegner finde. Ich glaube, im Knockout gibt es immer noch dieses Serie A-Turnier, das heißt, da können wir nicht spielen. Wieder keine volle, man macht jemand anderes, aber eigentlich lädt bei mir nichts runter. Außerdem, wie gesagt, wenn was runterlädt, dann bekommt man im Normalfall auch rote Latenz und keine orangene nur. Das liegt, glaube ich, daran, dass man einfach keinen Gegner in der Nähe findet. Und deswegen gibt er einen Gegner, der relativ weit weg ist, wo dann der Ping nicht so gut ist und dann dadurch die Latenz schlecht ist. Also wenn ich jetzt nochmal so einen Orangen bekomme, dann nehme ich den halt einfach. Ich hatte ja auch schon oft Glück und es hat funktioniert. Schauen wir mal. Und ich bin auch gespannt, ob, natürlich, ob Falcao funktioniert, klar, aber ob halt auch Traxler weiter so abgeht. Jetzt ist die Latenz zumindest mal grün. Hallo, die ist doch jetzt grün gewesen. Naja. Genau, ich bin echt auf Traxler gespannt, der ist halt so viel wert. Ich habe momentan halt echt die ganzen super teuren Spieler, sind halt alle weg wieder. La Cassette, Aubameyang, ich glaube, der jetzt momentan teuerste ist vielleicht noch Vidal, wobei der habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr nachgeguckt, weil ich den sowieso nie verkaufen werde. Und es ist mir von daher egal, ob er am Preis fällt. Der ist einfach zu gut, der wird nicht ausgewechselt. Und ja, aber es könnte sein, dass Vidal der teuerste Einzelspieler ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das habe ich noch so. Also, müsste er eigentlich schon hinhauen. Also, Vidal kostet es mit Sicherheit immer noch mindestens 100.000. Ach nee, Quatsch, also Traxler logischerweise. Und dann habe ich auch noch Hummels, Hummels ist ja auch mega viel wert. Grüne Latenz, danke. Best in the world. Das haben wir ja direkt mal sehen. Ja, lass uns mal so spielen, das sieht doch ganz gut aus. So netze Kampffaltung einnehmen, konzentriert spielen, sich nicht aufregen. Und das Ding von Anfang bis Ende, oh, Hybridteam mit Bundesliga drin. Und dadurch Wendell als Linksverteidiger und Kampel als ZM. Also, ich weiß nicht, da gibt es mit Sicherheit bessere Alternativen, um das zu bauen. Das finde ich jetzt nicht so stark, muss ich es zugeben. Aber er hat halt einen Bail, oder wie ich ihn gerne nenne, Ballet drin, ein Rodriguez. Von daher schauen wir mal. So, jetzt einfach die Haltung einnehmen und das von Anfang bis Ende durchziehen. Das ist mein Ziel jetzt gerade. Ich habe es fast geahnt, dass er jetzt schießt. Leider wird er schon noch geblockt. Ich glaube nicht, dass er gefährlich geworden wäre. Ich bekomme halt noch die Ecke, schauen wir mal. Danke, Rovier. So ein bisschen Angst schwingt er immer mit, wenn er das macht, weil man denkt, ah, vielleicht vergreift er sich und dann köpfen die ins Leider-Tor ein. Aber es passiert eigentlich in FIFA 17. Recht selten. Schade. Eigentlich ein schöner Pass auf Gunalons, aber dann hat es nicht ganz so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Schön gemacht. Lass mal nur ruhig ein bisschen rumlaufen, das macht ja nichts. Gut gemacht von Marquinhos. Gut gemacht von Marquinhos. Ach, da hätte er natürlich bei Buena einfach komplett rangehen können. Man muss ein bisschen aufpassen. Der Gegner spielt ganz gut, leider. Hat natürlich auch schnelle Spieler, mit denen er ja so wild rumrennen kann, die man sieht. Aber ich lasse mich da vorhin einfach überhaupt nicht beeinflussen. Versuche halt, der Ball sollte auf die Maria gehen als Flanke. Versuche mich gar nicht beeinflussen zu lassen. Da wollte ich eigentlich genau in den Schuss reingehen. Hat nicht ganz geklappt. Vielleicht muss ich die Formation hier ändern. Sehr gut von Rovier. Wenn er an, was meine Spieler gerade machen, dann passt er einfach auf bei Buena gehen. Oh, hätte er bei Buena vielleicht mal ein bisschen eher gehen können. Sehr schön von Aurier. Hervorragender Pass. Da war nicht so geplant. Ja, Gegner spielt wirklich ziemlich gut bisher. Das gibt's doch nicht. Ball war eigentlich schon bei uns. Interessant. Ja, vielleicht müssen wir die Formation mal wechseln. Das läuft eigentlich gerade gar nicht. Nach vorn. Würde ich sagen. Aber einfach dranbleiben, sich nicht beeinflussen lassen. Ich nehme mal ein 4, 3, 2, 1. Was halt einfach komplett anders zu meiner momentanen Formation ist. Und am ehesten dann eine Änderung bringt, denke ich. Ich lege halt, glaube ich, vielleicht sogar Traxler vorn, halt relativ. Ja, wobei, nee, 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 nee. Testen wir mal, ob das besser klappt. Wenn nicht, kann ich immer noch zurück. Schade. Ich dachte, mit dem starken Linken, da kann man ruhig mal abschließen mit Di Maria. Aber immerhin, kommen wir direkt mal zum Abschluss. Nachdem wir gewechselt haben, das ist ja schon mal positiv. Boah, ich glaube, nur ein Einwurf, oder? Ja. Ja, das muss natürlich 1-0 für den Gegner sein. Schade, schwache Ballannahme. Sehr gut. Also, wie gesagt, wäre auf jeden Fall eine verdiente Führung bisher für den Gegner mit dem 1-0, was er jetzt gerade eben hätte machen müssen. Schöner Ball auf die Diebe. Oh Gott, unverdient, aber war natürlich eine wunderschön rausgespielte Situation. Also, Führung ist nicht verdient. Mit der großen Chance wäre jetzt vielleicht ein Unentschieden verdient. Aber, ja, was soll ich sagen? Es war halt einfach super mitgelaufen von Falcao. Super gespielt von Sidibe. Und dass der Pass dann ankommt, ist vielleicht ein bisschen glücklich. Aber dafür kann ich ja nichts. Also, dass dann der Gegner das nicht rausgekretscht bekommt. Und Falcao macht das Ding dann. Ich überlege sogar, ob ich vielleicht schon auf die andere Formation wechsle. Weil ich gucke mal, wie sie defensiv läuft. Also, ob ich dann mehr Probleme habe, das zu verteidigen. Weil dann wäre es natürlich schlau, wieder aufs 4-2-3-1 zu wechseln. Schade. Hätte ich lieber den normalen Pass suchen sollen. Sehr gut gemacht von Valbuena. Ja, aber ich bin dran geblieben. Das ist halt auch wieder einfach eine kleine Belohnung für die Spielweise dran zu bleiben. Und die eine Chance war ja gut ausgespielt. Und ich meine, ich habe auch schon gesehen, dass in solchen Situationen dann der Stürmer vorbeischießt. Oder nicht vorbei, sondern an den Tor wieder rein. Und hier in dem Fall schaffen wir es halt, das ins Tor zu machen. Und jetzt Spannung hoch halten wir. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wir hier jetzt nicht einfach dieses 1-0 her schenken. Das wir vielleicht sogar nach einem 2-0 machen. Und ich denke, der Gegner ist schon ein bisschen angepisst. Und das sollten wir einfach mental ausnutzen, dass wir jetzt auf der Höhe sind und nicht der Gegner. Weil wie gesagt, das hätte ein schwacher Laufpass. Aber wir kriegen ihn bald trotzdem. Das hätte auch ohne Probleme ganz anders laufen können. Ist nicht ja niemand. Krasser Schuss von Gondalons, aber auch richtig krass gehalten. Und der Schuss war ein bisschen zu lapsch von Falcao, finde ich. Hätte man locker auch... Das hätte eigentlich das 2-0 sein können, schade. Aber das zeigt auch, dass es anscheinend war... Ich meine, die ist da auch ein paar Mal glücklich an die Ball gekommen. Aber das zeigt auch, dass das weiter gut funktionieren kann. Und die Formation wahrscheinlich wirklich besser klappt als die andere. Wie oft denn noch? Macht er einfach mal einen CPU-Kopfball ins Tor rein, verdammt. Sehr geil. Also von mir aus kann es auch so weitergehen, weil ich fülle ja 1-0. Okay, kein direkter... Keine direkte weitere Ecke. Wieder ein guter Schuss von Falcao, aber war nicht perfekt ausgerichtet zum Tor. Deswegen war es da sehr schwer, den sehr gefährlich aufs Tor zu ziehen. Nächste Ecke. Ich meine, so langsam könnte man ja mal... ...einen Tor machen über eine Ecke. Irgendwann reicht es dann auch mal und dann ist das Ding halt durch. Wenn er es unbedingt so spielen will, dass er... Krass, wann passt auf die Maria... ...weiß ich nicht, wo er den hinspielt und wieso er den so spielt. Sehr gut von Aurier. Schwach mitgenommen von Aurier habe ich eigentlich. Noch mal ein bisschen Glück. Ach, schade. Also mittlerweile wäre das 2-0 echt nicht unverdient. Muss man eigentlich so sagen, oder? Und ich habe mir auf jeden Fall meine 1-0-Führung verdient. Schade. Ach, Dreckslager-Tor, ey. Ja, da läuft er wieder mal einfach durch mit Bale, was sonst. Und wie gesagt, nachdem wir jetzt wirklich hervorragende Chancen hatten vor dem gegnerischen Tor, ist das natürlich nicht optimal, dass er jetzt hier den Ausgleich schießt. Aber ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, mit irgendeinem Spieler habe ich nicht so gut verteidigt. Der war einen Tick zu hektisch. Und dadurch könnte er dann an mir vorbeilaufen, es hätte nicht passieren dürfen. Also zum Teil ist es meine Schuld. Und jetzt spielen wir einfach genauso weiter wie bisher. Und machen hier das 2-1. Das verdiente 2-1, weil wir waren dann auf jeden Fall der bessere Spieler. Und ich denke, gegen den Gegner könnte ich auch mit einem Unentschieden zufrieden sein. Aber wie gesagt, wir können uns definitiv Chancen weiter rausspielen. Wir haben wie gesagt auch genügend Chancen zum 2-0 gehabt, haben die leider nicht genutzt. Und dann habe ich mit einem... Also es war trotzdem lucky, dass er das Tor schießt, weil er ja wieder abgeprallt ist, der Ball um zu ihm gekommen ist. Aber ich hätte dann auch im Nachhinein noch mit dem einen Spieler etwas besser verteidigen können. Es ist halt immer schwer im 1 gegen 1 bei so einem trippelsteigen Spieler. Aber das hätte man besser machen können und dann wäre er nicht durch gewesen. Und dann wäre es so, dass wir jetzt noch ein paar Mal sehen, dass wir jetzt noch ein paar Mal sehen, dass wir jetzt noch ein paar Mal sehen. sehr schön das war kein verweih von draxler und gerade noch sagen sehr schön gemacht von draxler und näher hätte natürlich auch locker das 21 sein können aber ich denke beide torhüter haben ja hier tore verhindert von daher ist es okay hatte natürlich auch direkt auf passen gedrückt aber dann gibt es wieder bei kontakt oder irgendwas keine ahnung ich dachte da fällt noch rein aber ein schöner schluss von belarabi zu jetzt aber das 21 kommt schon nein natürlich sollte er nicht dahin gehen dabei sondern zu belarabi ich denke es ist jedem klar macht er gut hätte auch wieder das 21 sein können also chancen auf beiden seiten dann ist wahrscheinlich unterm strich dann auch dieses unentschieden falls es so kommen sollte verdient sei denn ich mache hier natürlich so ein abwurf fehler und der gegner dann kein plan den auszunutzen der fehler war auch gerade wieder dumm hätte nicht sein dürfen oh nein draxler alu was ist los jetzt hätte ich wieder das 21 machen können ja meiner meinung nach ist die verlängerung ist die 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 nachspielzeit zu kurz gewesen da stand vier minuten das waren keine vier minuten aber ist wahrscheinlich ein verdientes unentschieden wir hatten beide chancen aber ich bin dran geblieben ich hatte fast danach das das 21 gemacht ich denke es war trotzdem gut gespielt von mir und ich muss halt leider sagen beim gegentor habe ich mit einem der verteidiger die nicht gesteuert habe nicht perfekt verteidigt wir können es noch mal angucken und das ist auch wichtig dass ich mir solche fehler einfach eingesteht auch wenn es nur kleine fehler sind und es ist trotzdem es ist trotzdem lucky natürlich weil hier kriegen wir den ball ja eigentlich mit peril raus getackelt und er bekommt ihn halt einfach wieder also das ist halt einfach glück hier und dann steuere ich glaube ich den spieler hier und komme halt nicht mehr in die nicht mehr gut genug in die in die laufbahn rein also er läuft halt einfach gerade aus das war mein fehler ich bin zu aggressiv gewesen bin da halt einfach habe ich einfach nur dumm gekreuzt und das war mein fehler also hier muss ich halt einfach ruhiger sein und hier stehen bleiben oder halt irgendwas anderes machen aber nicht so blöd aggressiv drauf rennen weil das einfach also hat gar nicht getribbelt einfach normal weitergelaufen und da war halt durch dadurch dass ich mit dem spieler es ist halt immer schwer an so einer situation damit im einzelnen spieler logischerweise logischerweise sich richtig zu positionieren aber ich habe falsch gemacht und ich muss das fehler einfach analysieren und mir eingestehen weil dann kann ich sie in zukunft besser machen und wer vielleicht insgesamt ein besserer spieler machen natürlich noch ein spiel und ja schade an der traksleiter in so geiles tor also weil karte schon wieder ein zwei situationen wo halt einfach ein mega geiles tor hätte machen können vielleicht hätte ich noch optimaler schießen können aber wie gesagt dann erwarte ich halt auch einfach das weil kaum mal irgendwelche zaubertore schießt ich muss leider zugeben ich bin nicht zu 100 prozent mit seinen abschlüssen zufrieden seine laufwege etc sind schon ziemlich geil aber mit seinen abschlüssen bin ich nicht zu 100 100 prozent zufrieden und vom gefühl habe ich halt sagen dass es da ein zwei situationen gab die hätte halt ein lacassette gemacht ein movember ein normaler ein inform ach nee moment das ist wieder 2017 da kann man gegen sich selber spielen aber ähnlich wie bei modest lacassette wird momentan nicht gekauft beziehungsweise falcao werde ich momentan nicht rauswerfen weil das momentan nicht relevant für die weekend league ist jetzt kann mir erst mal die bundesliga da muss ich erst mal gucken wie kohle ich brauche für meine neuen bundesliga spieler und dann in der übernächsten weekend league bis dahin haben wir noch über eine woche zeit da werde ich mir dann mal da werde ich mir dann mal überlegen welchen stürmer ich nehme aber wenn das so weitergeht mit falcao dann werde ich wahrscheinlich mir wirklich Lacassette kaufen und da ich mir höchstwahrscheinlich den in vom Lacassette nicht leisten kann werde ich wohl er will wirklich mit diesen trikots spielen oder was oh mein gott werde er herrscht ist ja ein abbrecher werde ich dann wohl ich gehe jetzt mal raus wenn wir wieder bekommen dann ärgere ich mich mal lasse die zeit unterlaufen einfach damit er weiß ich wie gesagt 2017 das sind einfach immer abbrecher so was wollte ich sagen genau ich werde dann wahrscheinlich die movember lacassette wieder kaufen da ich mir den informat ein nicht leisten kann und die so viel besser ist ja der movember auch nicht gewesen er quatsch der inform zum november dass es kein problem ist wenn ich die code übrig hätte würde ich mir wahrscheinlich leisten aber so brauche ich das nicht so sehr starkes team unangenehmer sturm schneller starker sturm schneller schnelle im verteidigung wobei er spielt sentinel auf auf smallling also er boostet da nicht die pace das interessant sieht man eher selten und ich bin mir ziemlich sicher dass der dass das smallling mit shadow besser spielt als mit mit sentinel ich bin mir ziemlich sicher so jetzt wieder konzentrieren den fokus und den eigenen druck hochhalten ich wollte natürlich keinen trick pass machen das ist nicht klar aber es war echt ein knapper pass wenn er daran kommt ist es nicht automatisch ein tor aber wird es geil alle weiter in den lauf geschickt schade 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 aber guter anfang und traxler fühlt sich einfach so geil an teilweise am ball unglaublich schade 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 ist vielleicht ein bisschen zu riskant da traxler anzuspielen bitte keine scheiß pace hier oh nein oh erstens der gegner scheint nicht gerne zu dribbeln und keine krassen tricks zu machen das ist schon mal sehr gut sonst hätte das hier teuer werden können aber dass halt perrin diesen blöden schritt macht statt am gegner rum zu ziehen wie man es eigentlich macht wenn man so nah am gegner ist das war halt im endeffekt das problem spring doch einfach drüber spring doch einfach drüber ich hätte keinen laufpass spielen sollen ich mache gerade ein paar schlechte ich treffe gerade schlechte entscheidungen finde ich ich wusste es ach Gott aus dem winkel weiß man einfach nie geht er jetzt rein oder nicht aber ich wusste es dass er mit so spielern wie naikolan an den Distanzschuss nimmt. Ist aber wieder ein gutes Zeichen, er kommt nicht durch. Genau das will ich abdecken. Das hat er gut gemacht, aber da stand ans Glück noch jemand, ich glaube in dem Fall auch je. So jetzt mal kein dummen Fehler am Spielaufbau. Schade. Aber meistens funktioniert das, wenn er schon so ein bisschen Vorsprung hat, klappt das meistens. Krasser Pass. Tja, da bekommt er leider das Lackertor, die zweite Chance mit Aguero, was sollen wir da machen? Nicht dann den ersten Schuss und den zweiten Schuss bekommen wir halt geschenkt. Von daher unhaltbar. Aber egal, egal, wir bleiben dran. Es war einfach nur ein Lackertor, das ist ein gutes Zeichen. Er hat es sich nicht rausgespielt. Das heißt, er spielt nicht so gut. Oder zumindest nicht so gut, um sich bisher ein Tor rauszuspielen. Was eigentlich eine gute Idee von Pass, aber einfach schlecht ausgeführt. Also weiß ich nicht, warum er den so schwach spielt. kann man meiner Meinung nach viel geiler spielen. Immerhin die Ecke. Und jetzt einfach mal ein Lackertor nach einer Ecke, wer verdient, nachdem der Gegner ja auch quasi ein sehr einfaches Tor geschenkt bekommt. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht. Oder geht nochmal zurück in der Timeline. Ich steuere erst Falcao, dann steuere ich irgendeinen anderen Spieler. Ich glaube, Klick oder so. Und dann steuere ich wieder Falcao. Verstehe ich nicht, warum das dreimal hin und her wechselt. Ich wollte natürlich nicht schießen, aber ich habe nicht mehr geracht, wo der Ball ist. Und wer ihn hat. Oh, das war ein guter Pass. Oh, der Traktal wird ja aber gerade auf den Ball. Ich glaube, da ist auch einfach zu häufig jemand nah dran, wodurch es dann schwierig wird. Leider hat er wieder Glück mit dem zweiten Ball. Lässt er sich ganz schön Zeit. Okay. Ich glaube, wir wechseln auch mal, oder? Die Formation. Sieht in die Schussstatistik aus. Ich glaube, wir haben nicht oft geschossen. Na, sieht nicht so gut aus. Gehen wir mal ans 4-3-2-1. Das hat beim letzten Spiel auch wunderbar funktioniert. Da sind wir dann deutlich tolgefährlicher geworden. Oh Gott, was war denn das wieder von Pass, ey? Mist. So rumgealbert hat gar nichts gebracht. Jetzt hat er gut getribbelt. Das wäre natürlich ein gut rausgespieltes Tor gewesen und wäre auch verdient gewesen, aber... Ich bin froh, dass es nicht gemacht hat, weil das erste war ja nicht verdient. Was ist das denn wieder vom Pass gewesen? Ja, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir hier nicht in alte Muster fallen und das Ding hier noch weiter konzentrieren und gut runterspielen. Ist nichts passiert. Da steht nur 1-0. Okay. Komm, komm. Der Gegner spielt nicht so gut. Der Gegner spielt nicht so gut. Komm schon. Komm schon. Das Ding einfach durchziehen, weiter konzentriert spielen, dran glauben. Ich meine, wir können ja auch noch ein 2-0 fressen, wäre ja fast so gewesen, aber selbst dann können wir noch zurückkommen. Dann noch eine Formation, die wir testen können. Und sich nicht das gegnerische Spiel aufzwingen lassen. Jetzt zum Beispiel. Ja, hat er wieder Glück. Verdammt nochmal. Schöner Pass. Und wieder hat er das Glück, dass natürlich der Torhüter den Ball bekommt und einfach aufnehmen kann. Haben wir ganz gut die Seite abgedeckt und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass er jetzt gefährlich aufs Tor schießen konnte. Oh, dann war kack mal das Dribbling, aber gut. Äh, die Pass. Das Dribbling war gut. Schade. Wieder der zweite Ball. Schön gemacht, wenn wir gerade die einfach stehen geblieben. wieder schaffen wir es nicht. Fuck. Aber wir kommen schon gefährlich in den Strafraum. Das ist schon mal was wert. Sehr gut. Oh, yeah. Ja. 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 Einfach dranbleiben, kämpfen und dran glauben. Ja. Schönes Eigentor vom Torhüter. Der Ball wäre jetzt glaube ich nicht rein, der wäre vorbei. Ja. Jetzt glaube ich vorbei. Aber wie gesagt, der Kopfball vorher von Di Maria, den hätte er auch schon reinmachen können. Das wäre natürlich noch schöner gewesen. Ja. Schön gekämpft und schon haben wir den Ausgleich. Können eigentlich mal wechseln, glaube ich. Schade. Ich dachte, er macht einen Fehler, aber hat er nicht gemacht. Oh, toller Ball. Ich glaube ich kein Upseids. Das sah jetzt wahrscheinlich ultra merkwürdig aus, was ich gemacht habe und es lag daran, dass ich auf Passen gedrückt habe. Zweimal mit Draxler und er hat nicht gepasst. Er ist einfach immer weitergelaufen. Da dachte ich mir, jetzt scheiß drauf, schießt er aufs Schießen und das habe ich dann gemacht und aufs Tor geversucht zu zielen und dann schießt er dann einfach rein. Das Tor sah wahrscheinlich mega komisch aus, weil er einfach nur läuft. Es hat sich auch super komisch angefühlt, weil es war so nicht geplant, also das Schießen am Ende war geplant, aber ich habe vor zwei Mal auf Passen gedrückt und er macht es halt beide Male nicht. Dann dachte ich mir, scheiße, jetzt bist du nur am Tor dran. Einfach mal einfach mal auf Schießen drücken und es hat geklappt und ja, das war ein schwieriges Tor natürlich aus der Drehung und Draxler macht dadurch ein wunderbares, schönes, wichtiges Tor und dribbelt halt einfach mal komplett alleine durch. Lass heute der Ball nicht hin. Fällt mir gerade ein, ich glaube, ich stehe im 4-2-3-1 gegen den Gegner definitiv stabiler, deswegen wechsel ich mal zurück und oh, okay, er hat keinen Bock mehr, das gefällt mir. Geschenkter Sieg, ich meine, eigentlich dann 2-1, der Gegner war gut, der Gegner hatte Chancen und er schenkt mir jetzt den Sieg. Sehr nice, guter Beginn für die nächste Liga-Saison. Und er ist wahrscheinlich selber ein bisschen angepisst über das Tor. Wir gucken es uns noch mal an. Vorlagen, Sedibel. Ja, ey, das war so merkwürdig, das Tor, wahrscheinlich kam es dem Gegner genauso merkwürdig vor. So, dass ich hier noch mal den Ball bekomme, verstehe ich nicht, aber anscheinend war hat er einfach, ich dachte, der Ball ist jetzt weg, logisch. So, er kommt aber noch mal ran, warum, weiß ich nicht, was Abate da macht, er ist auch viel schneller und alles. So, hier habe ich das erste Mal, hier habe ich das erste Mal auf Passen gedrückt und wollte auf Sedibe, den man hier sieht, da, auf Sedibe wollte ich passen, ist ja auch eine schöne Gasse frei gewesen, hat er nicht gemacht. Dann habe ich mir gedacht, okay, er hat das nicht angenommen. Dann dachte ich mir, jetzt in dem Moment, oh, Sedibe ist mega geil frei, jetzt passt er auf Sedibe. Ich habe wieder auf Passen gedrückt und wollte wieder auf Sedibe passen, das war das zweite Mal und habe gemerkt, hä, warum passt denn der nicht? Und dann hier irgendwo, in dem Moment dachte ich mir, also vielleicht wäre jetzt nochmal passend das Richtige gewesen, um wieder auf Sedibe zu passen, aber dachte ich mir jetzt so, oh, jetzt hast du keinen Bock mehr, scheiß drauf, jetzt drückst du einfach zweimal auf Schießen und versuchst den flach ins lange Eck zu schießen und er macht dann aber, ja, ich weiß nicht, was ein Flachschuss sein soll, aber total geil, er macht ihn ins kurze Eck am Tor wieder vorbei. Es kann schon sein, dass es trotzdem ein Flachschuss war, der halt ein bisschen nach oben geht und dann, ja, also das war auf jeden Fall ein Lackertor, weil es total merkwürdiger Ablauf war, aber finde ich gut, weil wieder dran geblieben bis zum Ende, es wurde belohnt. Der Gegner hat auch das eigentlich nur mit einem Lackertor gemacht, von daher, gefällt mir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, mache ich jetzt noch eine Aufnahme oder mache ich noch eine Aufnahme? Wie spielt ist es denn? Okay, hm, 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 bin mir ein bisschen unsicher. Naja, das entscheide ich dann, nachdem ich jetzt die Aufnahme beendet habe, das ist ja egal. Also Draxler gefällt mir immer noch gut, ich muss es halt leider, das heißt leider, ich muss es so sagen, wie es ist. Wir müssen ein Spiel komplett abziehen und ein halbes jetzt quasi, aber ein Spiel komplett in vier Spielen, vier Scorer-Punkte. Beste ZOM ist Müller mit 0,7 Scorer-Punkten pro Spiel. Also er ist momentan absolut im Soll, vor allem hat er viele Tore gemacht, hatte auch schon den Alu-Treffer, hat wirklich einen guten Abschluss und lässt sich wirklich sexy spielen. Die Frage ist für mich jetzt eigentlich auch mittlerweile nur noch, behalte ich ihn im Verein oder behalte ich ihn im Team, weil im Verein behalte ich ihn so oder so, weil er ist so geil jetzt schon eigentlich. Wenn der dann eine weitere Info bekommt und dann geupgradet wird, dann wird er halt einfach als 87er ZOM wahrscheinlich so unendlich abgeht und natürlich auch mega viel wert sein. Dann können wir mal schauen, was momentan der Preis ist. Ne, oder? Ich habe ihn nicht gerade für 750.000 und 40.000 angeboten. Ach du Scheiße, jetzt wird er verkauft. Ach du Scheiße. Der wird jetzt auf jeden Fall verkauft werden, der Spieler. Weil ich ihn aus Versehen auf dem Transfermarkt angeboten habe, für den Wert der dastand. Ach du Scheiße. 40.000 Startpreis, das wird eh nicht passieren. Aber wir haben es jetzt mitten in der Nacht, dem wird irgendjemand viel zu billig bekommen. Fuck! Das ist mir noch nie passiert. Das einzig Gute ist, dass der maximale Sofortkaufpreis drin ist und dass wenn ich Glück habe, sich die Leute halt gegenseitig hoch bieten. Oh Gott, das kann passieren, dass er total billig weg geht. Ich wollte es nicht verkaufen. Scheiße, Mann! Was mache ich denn jetzt? Ich kann nur hoffen, dass der mega teuer weg geht und ich mir dann nochmal preiswerter kaufen kann. Das könnte halt passieren, wenn ich Glück habe. Oh, ist das tragisch gerade. Scheiße, Mann! In vier Spielen fünf Scorer-Punkte. Oder waren es vier Scorer-Punkte? Ach, ist doch egal. Oh, der Preis ist gesunken. 296.000. Oh, scheiße, Mann! Das heißt, er wird nicht wirklich teuer weggehen. Oh, was ist denn das für ein Mist? Warum ist mir das denn jetzt passiert? Oh, scheiße, Mann! Das ist mir noch nie passiert. Das einzig Gute ist halt, dass ich ihn nicht mit einem total billigen Sofortkaufpreis reingestellt habe. Also er wird halt jetzt nicht für 200.000 weggehen oder so, wenn ich Glück habe. Ich hoffe, es sind echt noch genügend Leute online und sehen den und bieten auf den. Oh, fuck! Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn gar niemand den kaufen würde, aber es wird nicht passieren, weil der Minimalpreis bei 40.000 liegt und irgendjemand bietet auf jeden Fall auf ihn. Fuck! Ich wollte nur gucken, ich wollte einfach nur auf Preise vergleichen gehen und dann bin ich irgendwie auf ganz unten, habe gedrückt und... Oh, scheiße! Jetzt kann ich auch nicht so weit rein ändern. Fuck, Mann! Oh, Gott! Stellt euch mal vor, es bietet jemand weiter auf den der geht für 100.000 weg oder so. Oh, Gott! Mir ist so schlecht gerade. Ist das bitter, ey. Ist das bitter, ey. Fuck! Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich will... Das wäre doch so geil, oder? Wenn es eine Option geben würde, dass man innerhalb von, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Sekunden ein Objekt wieder vom Markt nehmen kann. Weil es kann doch irgendwann passieren, dass man einen Fehler gemacht hat. Fuck! Warum gibt es denn diese Option nicht? Scheiße! Fuck, fuck, fuck! Warum gibt es denn diese Option nicht? Scheiße, Mann! Ist das bitter, ey. Naja, ich kann auch noch drauf hoffen, dass die Leute sich hoch bieten und dass ich halt meine 300.000 oder so für den bekomme und ihn dann vielleicht nochmal für einen ähnlichen Preis kaufen kann. Fuck! Oh, ist das bitter, ey. Aber was soll ich? Bis zum nächsten Mal. Euer ganz, ganz doll trauriger Pax ist.